Vorweg, dieses Video ist kritisch. Genauso haben alle Leute, die dieses Video sehen, ein Recht darauf, kritisch zu sein. Ich will nicht, dass dieser kurzer Film als die Wahrheit oder als Gesetz gewertet wird. Er ist aber, glaube ich, wichtig, um das Reflektieren und Nachdenken zu fördern. Heute geht es um den Kilimanjaro. Ich habe sechs Skripte bisher geschrieben. Jedes entsprach immer der Gefühlslage, die ich zu diesem Thema in genau diesem Moment letztlich hatte. Was ich damit sagen will, ich habe keine Ahnung, ob ich dieses Video in dieser Form in einer Woche nochmal genauso produzieren würde. Denn die anderen sechs Skripte waren ja auch mal der richtige Weg, dieses Video zu produzieren. Deshalb habe ich irgendwann erkannt, dass es keinen finalen Entwurf geben wird. Nur einen, mit dem man aktuell leben kann. Und nichts anderes ist das hier. Gute Unterhaltung wünsche ich euch an dieser Stelle. An diesem Video ist Putin schuld. Ja, das ist wirklich wahr. Denn 2022 wäre ich eigentlich auf den Elbows gegangen. Im Alpinenstil, ohne Hütten, ohne Infrastruktur. Über eine Variantenroute, die ich mir in den Kopf gesetzt habe. Nicht schwer, aber schwer genug, um das Höhenlagermanagement in schwierigen Situationen üben zu können. Doch dann dachte sich ein machtbesessener Despot, er überfällt jetzt sein Nachbarland. Und damit war der in Russland liegende Elbows aus logistischen Gründen, aber natürlich vor allem aus moralischen Gründen, für mich gestorben. Eine Alternative zu finden, erwies sich als nicht ganz einfach. Das Budget für den Elbows war niedrig angesetzt, weil es sehr günstig ist, dorthin zu kommen. Deshalb musste ich jetzt aus wenig Budget kurzfristig was machen und da gab es eben nichts. Im Herbst dann aber kamen wir auf die Idee Kilimanjaro. Mein Ursprungsplan der alpinen Expedition war sowieso schon gestorben und für dieses Jahr und meine Partnerin wollte sich ein Traum erfüllen. Ihr erster Seven Summit. Ich persönlich wollte nie auf den Kilimanjaro, aber wie das eben so ist, manchmal macht man Dinge eben für jemanden. Ich stimmte zu, weil ich mir dachte, das könnte ja aus einer Perspektive des Beobachters sehr interessant werden. Das System Kilimanjaro verstehen und durchschauen, um es dann zu analysieren. So haben wir dann eine faire Agentur gebucht, die uns auf den Kilimanjaro begleiten sollte. Hier müsst ihr aber jetzt etwas Vorwissen für das restliche Video mitbringen, deshalb hier eine kurze Erklärung. Der Kilimanjaro liegt in Tansania in Ostafrika. Ein bitterarmes Land. Hier gibt es abseits der Großstädte kaum Strom, keine Wasserversorgung, keine Kanalisation. Hier gibt es nichts. Staub, Erde, Sand, Ruinen. Der Kilimanjaro allerdings ist der einzige Grund, zusammen mit der Serengeti, aus dem das Land noch nicht komplett zusammengebrochen ist. Der Tourismusfaktor Kilimanjaro ist, mag man meinen, sehr hoch. Aber in Wirklichkeit kann man sich gar nicht vorstellen, wie hoch dieser Faktor bemessen werden muss. Kapital geschlagen wird aus dem Berg, in dem er vor einigen Jahren gesperrt wurde. Der Kilimanjaro wurde von der Regierung unter eine Permitpflicht gestellt, als zusätzliche Einnahmequelle für das arme Land. Um aber die Bevölkerung in unmittelbarer Nähe profitieren lassen zu können, wurde an diese Permitpflicht eine Guidepflicht gekoppelt. Kein Guide, kein Permit. Aus dieser Regulierung hat sich dann eine Idee entwickelt, Kili als Tourismusangebot anzulegen. Nicht nur Guide, sondern auch andere Menschen sollten eine Arbeit bekommen. So haben sich diese Agenturen gegründet. Man wollte diese Angebote professionalisieren und es gibt Guide-Schools, in denen Guides für den Berg und für das Führen ausgebildet werden, um die Menschen sicher führen zu können. Das alles kann man heute unter dem unsgeläufigen Wort Agenturen finden. Die Agenturen sind in Tansania unfassbar viele geworden. Aber sie funktionieren gar nicht so, wie man sich das vorstellt. Die Agenturen bestehen aus einem Management und fixen Guides. Die Porter, die Träger, die ebenfalls angestellt werden, um Lasten den Berg hochzutragen, sind aber gar nicht angestellt. Niemand von denen hat eine Jobgarantie. Sie gehen zu den Agenturen und fragen, ob sie Arbeit haben. In den letzten Jahren ist der Tourismus so explodiert, dass Porter eigentlich immer einen Job finden konnten. Sichergestellt ist das aber nicht ansatzweise. Die Porter sind Menschen, die es nicht so gut haben wie die Guides. Sie haben meist keinerlei Schulbildung, können nicht lesen und nicht schreiben, können Suaheli, aber sonst keine Sprache. Meist beginnen diese Menschen schon mit 14 bis 16 Jahren Lasten zu tragen. Sie verdienen sehr schlechtes Geld, aber mehr als sie im Tal mit Gelegenheitsjobs verdienen würden. Meine Bedingung war, dass wir die am seltensten begangene Route wählen, die es gibt. Und das haben wir auch getan. Die sogenannte Umbwe-Route. Die Umbwe-Route ist zwar einsam, aber nur die ersten zwei Tage. Denn dann trifft diese Route auf die berühmte Matsch-Armee-Route und die Einsamkeit ist vorbei. Doch am ersten Tag stehen wir, das sind Alissa und ich, Hans und Isaac, unsere beiden Guides, und acht Porter am Umbwe-Gate. Dass dieser Weg selten begangen ist, erfahren wir bereits bei der Anfahrt, denn die Straße ist nicht mehr wirklich da. Bauarbeiter haben am Straßenrand eine Mine ausgegraben und die Felsen lagen nun auf der Straße. Die Arbeiter waren auch sichtlich überrascht, dass hier plötzlich ein Auto durch wollte. Was sehr schön war, wir waren mit unserem Team komplett allein. Also komplett. Unser Guide meinte, seit vielen Wochen war hier kein Mensch mehr unterwegs. Und das war für mich Bergsteigen, wie ich es kannte. Und eine Gelegenheit, in Ruhe mit unserem Assistant Guide über meine Gedanken zu sprechen. Ob ihm der Job gefällt, wollte ich wissen. Er sagt, ja, es macht ihm sehr viel Spaß. Ich will mehr über die Ausbildung wissen, was man können muss, wie der Weg eines Guides so aussieht. Er spricht nur sehr schlecht Englisch, aber wir kommen über die Themen irgendwie drüber. Jeder Guide war einmal Porter. Und die meisten Porter haben kein Interesse daran, diesen Job lange zu machen. Alle wollen sie eigentlich Guide werden, obwohl niemand wirklich Guide werden will. Aber die besseren Arbeitsbedingungen und das bessere Geld locken einfach. Nach der Hälfte der Strecke überholen uns die Porter. Denn sie gehen nicht mit einem zusammen, sie gehen getrennt von uns. Der Grund dafür, schwer zu sagen. Isaac sagt, sie gehen gern ihr Tempo, weil die Lasten sehr schwer sind. Wir wissen immer noch nicht, was die Jungs hier überhaupt für uns hochtragen. Das lernen wir erst später. Generell lernen wir über Tempo, dass der Guide ein großes Interesse daran hat, dass wir langsam gehen. Sehr langsam. Wir sind so langsam gegangen, dass ich manchmal das Gefühl hatte, wir stehen. Wir haben für 1100 Höhenmeter knapp vier Stunden gebraucht. Von 1650 Metern auf 2800 Meter. Der Guide gibt das Tempo vor. Er lässt uns nicht von der Leine, keinen Meter weit. Sind wir zu weit vorne, pirscht er vor, überholt und bremst uns wieder aus. Freundlich, aber bestimmt. Pole Pole. Das hören wir in jedem zweiten Satz. Langsam gehen, heißt das. Das ist im Höhenbergsteigen eine sehr wichtige Lektion. Am Kili lernt man das auch relativ gut. Wir kommen letztlich am Camp an und sehen plötzlich die Lasten, die die Träger für uns getragen haben. 20 Kilo jeder. Mehr ist nicht erlaubt, sagt uns unser Hauptguide Hans. Dass das Blödsinn ist und diese Grenze locker überschritten wird, sehen wir sofort. Ausgepackt wird ein Zelt, noch ein Zelt, noch ein Zelt, ein Tisch, Stühle, Kerzen, mehrere Kilo Essen, einige Kanister Wasser, eine Tischdecke, unser Gepäck, Geschirr, Gläser, Thermoskan, Nutella, Kakao, Kaffee, Tee, Gaskartuschen und Gusseisentöpfe und unzähliges mehr. Ja, nichts davon wollte ich hier oben sehen, denn all das mussten die Menschen hier mühsam hochschleppen. Dinge, die ich genauso wenig hier sehen wollte wie diese Menschen. Nicht, weil ich die Menschen nicht mochte, sondern weil sie offensichtlich litten. Doch nichts davon ist verhandelbar. Nicht, weil man mit den Menschen dort nicht verhandeln kann, sondern weil sie es nicht verstehen, was man denn überhaupt meint, wenn man sagt, dass man lieber im kleinen und simplen Rahmen unterwegs sein würde. Hans, unser Main Guide, ist für Fragen und Belange da. Ich habe die ganze Zeit nur eine Frage. Wieso muss das sein? Wieso müssen viele Menschen leiden, nur damit ich da hochkomme? It's a lot of jobs, sagt er mir. Ist Arbeit aber wirklich immer ein gutes Argument, um Ausbeutung zu rechtfertigen? Wenn man versucht zu erklären, dass man ohne dieses Tamtam auf den Berg will, trifft man nur auf Unverständnis, fast schon Fassungslosigkeit. Und zu Beginn habe ich nicht verstanden, warum meine Idee des Bergsteigens hier auf so eine Reaktion trifft. Warum es so ungewöhnlich ist, dass ich keinen persönlichen Koch, einen persönlichen Kellner und keine diversen Träger haben möchte. Am Nachmittag des zweiten Tages treffen wir dann auf das berühmte Barranco Camp. Hier treffen sich die meisten Routen in einem gemeinsamen Camp. Es ist eine Zeltstadt, die man so noch nie gesehen hat. Hunderte, wenn nicht über 1000 Zelte stehen hier. Hier bekommen wir tags danach eine Antwort auf die Frage, warum unser Team unsere Idee vom Bergsteigen so absurd findet. Bergsteigen ist eine Form der Bewegung, die gleichzeitig eine gewisse Abenteuerlust innehat. Man will eine Herausforderung, Exposition, Abenteuer, Probleme, die zu lösen sind, Puzzle, die zu lösen sind, Schwierigkeiten und auch ein gewisses Risiko. Nichts davon ist am Kilimanjaro zu finden. Die Barranco Wall, auch Breakfast Wall genannt, ist jetzt perfekt exemplarisch für den Kilimanjaro. Es ist ein leichtes Kraxelgelände. Bei uns in den Alpen wäre das nicht mal eins Minus. Es ist nicht gefährlich, nicht ausgesetzt. Es ist einfach sehr, sehr steiles Gehgelände am Fels. Niemand. Und ich möchte sagen, niemand unter den Touristen war in der Lage, diese Hindernisse ohne Stütze und Hände und Hilfe von Guides zu überwinden. Niemand. Porter mit 20 Kilo Gepäck auf dem Kopf, balancierend, in 20 Jahre alten Schlappen, sind aufrecht gehend an den Menschen vorbeigegangen, während sie am Boden an den Felsen haltend krochen, weil sie in Angst und Bange nicht wussten, wie sie die nächste Stufe überwinden sollten, während ihr Guide oben die Hand ausstreckte, um ihnen irgendwie hochzuhelfen. Und das war nicht eine Situation, das war der Ist-Zustand für anderthalb Stunden durch einen ganz, ganz kurzen Steilaufschwung. Ich kann es leider nicht anders beschreiben oder realistischer. Es ist unmöglich. Wenn man das nicht selbst mit eigenen Augen gesehen hat, kann man es unmöglich nachvollziehen. Wenn die Leute auf der Zugspitze versuchen, die Leiter zum Gipfelkreuz zu erklimmen und sich dabei selten doof anstellen, dann sind das im Verhältnis jedenfalls Urli Stecks zu den Menschen, die am Kilimanjaro versuchen, die Breakfest-Wall zu durchsteigen. Ich war bis zu diesem Zeitpunkt in erster Linie neugierig, wie das System Kilimanjaro funktioniert. Aber in diesem Moment ist mir bewusst geworden, ich bin hier, um etwas ganz anderes zu lernen. Später finde ich heraus, Kilimanjaro ist Lifestyle. Denn Kili zu besteigen ist etwas, was man mal gemacht haben muss. Ich schäme mich, dass meine Partnerin diesen Satz im Vorjahr selbst noch fallen hat lassen. Sie schämt sich dafür, am Kibu selbst, aber auch. Die Menschen, die den Kibu besuchen, geben sich nach Fragen und Zuhören vor allem als eines zu erkennen. Als keine Bergsteiger. Keine Wanderer. Viele haben gerade das erste Mal Wanderschuhe an. Viele haben das erste Mal einen Wanderrücksack um. Manche nicht mal das, denn manche sind mit einem Stadt-Tourirucksack angereist, weil sie sich für das eine Mal keinen Bergrücksack kaufen wollten. Viele Leute stehen im Baranko-Camp auf 3950 Metern in Jeans, weil sie nicht wussten, welche Hosen fürs Wandern eigentlich sinnvoll sind. 99 Prozent, und ich glaube, ich untertreibe damit, soweit mir das zumindest unser Guide bestätigen konnte, sind nicht vorbereitet für den Kilimanjaro. Sie haben oft nicht mal eine Erfahrung mit dem Wandern sammeln können. Und das ist jetzt der Punkt, an dem ich mit meinem Skript auch am Ende bin. Denn jedes Mal, wenn ich versuche, an diesem Punkt anzusetzen und dieses Skript zu vervollständigen, und das ist jetzt ein kleiner Insider, keines der sechs Skripte, die ich zuvor erwähnt habe, sind jemals fertig geworden. Es gibt einen Punkt, an dem meine eigene Enttäuschung über das Reflektieren dieser Reise und dieser Erfahrung so groß wird, dass sich mir die Haare sträuben und ich keine Motivation mehr finde, darüber weiter zu berichten und weiter zu reflektieren. Alles an diesem Berg ist falsch. Alles. Die Probleme sind aber wahnsinnig vielfältig. Niemand ist allein an dem Problem Kilimanjaro schuld. Und das Problem Kilimanjaro existiert erst, wenn man sich mit diesem Berg beschäftigt. Wenn man nie vorhat, diesen Berg zu besteigen, wenn man nie vorhat, sich irgendwie mit dem Berg auseinanderzusetzen oder mit Tansania auseinanderzusetzen, dann wird das Problem Kilimanjaro an einem vollkommen vorübergehen. Aber wie ich gelernt habe, gibt es bei den meisten Menschen in Europa und Amerika irgendwann einmal diesen Moment, wo man sich mit dem Kilimanjaro beschäftigt, weil man das ja mal gemacht haben muss. Und genau dann ist es, glaube ich, wichtig, dass man über Wahrheiten spricht und vor allen Dingen über vollständige Wahrheiten, die man dann letztlich selbst für sich selber einordnen muss und denen man selbst einen Wert oder eben nicht geben muss. Zum einen sind das die Porter. Die Porter sind keine glücklichen Menschen. Die Porter werden auch nie glückliche Menschen. Und jetzt sagt ihr vielleicht, ja gut, es gibt viele Menschen bei uns, die werden auch keine glücklichen Menschen mehr, weil ihr Job halt einfach nicht Spaß macht, weil es einfach ein anstrengender Job ist. Ich glaube, der Großteil der Menschen, die als Reinigungskraft in Europa arbeiten, machen das nicht aus Leidenschaft. Aber dieses Argument zählt nicht. Die Menschen in Tansania, die als Porter arbeiten, bringen sich um für diesen Job. Sie bringen sich um, um nicht zu verhungern. Aber das Argument, das ich dann immer wieder höre in Diskussionen ist, naja, aber wenn wir das ja nicht tun würden, wenn wir die nicht anstellen würden, dann hätten die ja gar keinen Job und dann würden die verhungern. Das heißt, wir leisten ja quasi Entwicklungshilfe. Und das ist das verlogenste Erste-Welt-Arschloch-Argument, das es gibt. Denn wir interessieren uns nicht für die Leute, die im Sudan verhungern. Wir interessieren uns nicht für die Leute, die in Zentralafrika verhungern oder in Südafrika oder im Jemen oder sonst irgendwo. Wir interessieren uns nirgends dafür. Aber im Kilimanjaro schon. In Tansania interessiert es uns plötzlich, dass die Menschen verhungern würden, wenn wir ihnen keine Arbeit geben. Nach diesem Argument müssten wir in alle diese Länder reisen. Müssten wir in den Kongo reisen, nach Namibia, in den Irak. In all diese Länder müssten wir reisen. Und all diesen Leuten Jobs geben, auch wenn sie schlechte Jobs sind. Dieses Argument ist nicht valide, weil es ist kompletter Bullshit. Es ist ein Versuch, eine menschenunwürdige Anstellung für uns westliche Menschen, für uns Europäer und Amerikaner zu rechtfertigen. Aber diese Rechtfertigung ist Schwachsinn. Und das wissen alle Menschen. Und die Porter leiden unter ihrem Job. Aber viele Leute glauben das nicht. Denn der Guide sagt einem immer wieder, dass die Menschen froh über ihre Arbeit sind. Und dass die Menschen Spaß an ihrer Arbeit haben. Die Menschen haben keinen Spaß. Wenn ihr vom Kilimanjaro absteigt, dann steigt ihr über einen sehr, sehr langen Weg ab. Und dieser Weg ist die Aufstiegsroute für die Porter. Denn die Porter müssen von ganz unten und auch bis ins letzte Camp frische Nahrungsmittel für die warmen Drei-Gänge-Menüs, die man jeden Tag kriegt, auch bis ins letzte Camp immer wieder schleppen. 20 Kilo, 3.500 Höhenmeter, 30, 35 Kilometer. Jeden Tag. Auf und ab. Sie wechseln sich manchmal ab, das stimmt schon. Aber trotzdem müssen oftmals diese Leute trotzdem am nächsten Tag gleich wieder runter und am nächsten Tag dann gleich wieder hoch. Dass das nicht gesund ist, das wissen wir alle. Wir wissen, dass das eine Katastrophe ist für die Gelenke. Das sind Menschen, die sind 10 Zentimeter größer als ich und haben 20 Kilo weniger als ich. Und wir wollen uns wirklich einreden, dass das Spaß macht, dass diese Menschen froh sind. Alle Leute, die schon mal auf dem Kilimanjaro waren, kann ich nur sagen, habt ihr den Menschen eigentlich in die Augen gesehen? Habt ihr den Menschen eigentlich wirklich mal zugehört? Habt ihr sie angesehen, wie sie verzweifelt, erschöpft und vollkommen erledigt, teilweise am Wegesrand sitzen, auf ihren Lasten, bei 40 Grad und nicht wissen, wie sie die nächsten 5 Stunden noch drüber bringen sollen und das am nächsten Tag und am nächsten Tag und am nächsten Tag wieder machen müssen, weil sie nur für die Tage bezahlt werden, an denen sie auch Lasten tragen? Weil es keine Wochenenden gibt, weil an Wochenenden gearbeitet werden muss, weil sonst kein Geld kommt? Die Porter sind keine armen Schweine, denn das drückt nicht ansatzweise aus, was mit diesen Menschen dort passiert und wir sind dafür verantwortlich. Diese Menschen leben von der ersten Welt, aber es ist kein Argument zu sagen, dass wir deswegen weitermachen dürfen und dass wir sie deswegen so behandeln dürfen und wir sind mit einer Agentur gereist, wir haben das mit einer Agentur gemacht, die wahnsinnig fair bezahlt, die viel bezahlt, wir haben auch nochmal sehr, sehr viel draufgeschlagen, aber es entschädigt nicht für diese Arbeit, weil kein Geld der Welt entschädigt für Ausbeutung. Kein Geld der Welt entschädigt dafür, dass diese Menschen sich umbringen, um uns auf einen Berg zu bringen, womit wir zum nächsten Problem kommen. Der Berg selber ist vollkommen wertlos. Niemand hat irgendetwas erreicht, wenn er auf diesem Gipfel stand, wenn er raufgegangen ist, wenn er wieder runtergegangen ist. Dieser Berg hat keinen Anspruch. Dieser Berg besteht aus Schotter. Es ist kein wahnsinnig schöner Berg, es ist kein wahnsinnig beeindruckender Berg. Es ist eine Schotterwüste. Je höher man kommt, umso mehr Schotterwüste hat man letztlich, bis irgendwann nichts mehr aus irgendwas besteht, außer aus Dreck und Sand. Der Berg selbst ist komplett vermüllt aufgrund der Touristen. Überall stinkt es nur noch nach Müll und Fäkalien. Wer ist stolz darauf, auf dem Kilimanjaro gewesen zu sein, wenn er diese Bilder kennt, wenn er das weiß, wenn er das erlebt hat? Der Kilimanjaro ist zu einem Lifestyle geworden. Nicht zuletzt deshalb, weil die Guides, die lügen müssen, weil sie sonst keinen Job hätten, denen mache ich keinen Vorwurf dafür. Aber weil diese Menschen die ganze Zeit eine Fassade vor einem her tragen, damit man bloß nicht anfängt, kritisch zu werden und reflektiert, darüber nachzudenken, was hier gerade passiert. Die Guides werden euch erklären, dass die Menschen, die da arbeiten, das gerne tun. Die Guides werden euch erklären, dass sie gerne ihren Job machen. Die Guides werden euch erklären, dass ihr gute Alpinisten seid, weil ihr es auf den Kilimanjaro schafft. Und die Guides werden euch erklären, dass das alles super easy ist. Aber die Guides sagen einfach nur das, was dabei hilft, dass ihr vorwärts kommt und dass dieses ganze, der ganze Apparat möglichst, ja, reibungslos funktioniert. Und Touristen ja nie irgendwie anfangen, etwas zu hinterfragen. Ja, wenn man auf der Umweltroute alleine geht, die ersten zwei Tage, das sind wahnsinnig schöne Tage. Aber ab dem Moment, wo 1000 Zelte vor euch stehen und an dem nächsten Tag die Inhalte dieser 1000 Zelte Richtung Barranco Wall steuern und ihr euch in einer Schlange hinter der manifestierten Inkompetenz anstellen müsst, dann, spätestens dann, fragt ihr euch auch, ob das hier eigentlich noch schön sein soll. Und zuletzt die Touristen. Ich weiß, viele von euch wollen auch mal auf den Kilimanjaro. Viele von euch waren vielleicht auch schon auf dem Kilimanjaro. Überlegt euch gut, mit was ihr es hier zu tun habt. Für alle Leute, die dem Bergsteigen frönen, die das Bergsteigen lieben. Ihr habt dort nichts verloren. Dieser Berg ist nicht mehr für Bergsteiger ausgelegt. Diese ganzen Agenturen, unzählige Agenturen, sind nur noch darauf ausgelegt, ein Happening daraus zu machen. Es wird in jedem Camp, gibt es Partys. Die Leute kommen in Kostümen da hoch, weil sie es lustig finden. Es ist ein Schauplatz von Irrsinn geworden, aber es hat mit Bergsteigen per se nichts mehr zu tun. Es gibt für euch, die ambitionierten Bergsteiger, keinen Grund, auf den Kilimanjaro zu gehen. Auch nicht über die am seltensten begangene Route. Denn auch die mündet im Irrsinn. Wenn ihr es euch irgendwie ersparen könnt, lasst es bleiben. Und für all jene, die keine ambitionierten Bergsteiger sind, ihr habt da oben nichts verloren, denn es ist immer noch Gebirge. Und wer das so nicht wertschätzen kann und sich darauf nicht entsprechend vorbereitet und nicht entsprechend vorbereitet ist, und das dann letztlich dazu führt, dass einen Agenturen wie Vollidioten behandeln müssen, weil nur Vollidioten unterwegs sind, dann habt ihr dort auch nichts verloren. Bleibt halt die Frage, warum sind so viele Menschen da oben? Laut unserem Guide haben im Jahr vor Corona 100.000 Menschen im Jahr den Gipfel erreicht. 100.000 Menschen. Wenn man die Rain-Season abzieht, sind es fast 1.000 Menschen jeden Tag. Es war jetzt nicht ganz so schlimm dieses Jahr und trotzdem sind die Bilder für sich sprechend. Ich will das nur als delikaten Gedanken hinterherwerfen, denn ich glaube, es ist wichtig, das zu betonen. Wenn 100.000 Leute sich die ganze Zeit auf einem Berg herumkreisen, Porters, Guides, Besucher und so weiter, und jeden Tag rotiert das natürlich, weil jeden Tag ist ja Bewegung drin, es gibt ja keine Pausentage oder sowas, jeden Tag ist Bewegung drin, dann kacken jeden Tag 100.000 Leute in große Sanitäranlagen, die nicht gerade als Sanitäranlagen bezeichnet werden können. Es ist immer noch absurd, wie was für ein Aufwand betrieben wird, um Menschen einen westlichen Standard da oben zu bieten. Aber man merkt einfach, dass Natur für diese Konzentration von Menschen schlichtweg nicht ausgelegt ist. Die Faszination Kilimanjaro, ich kann sie nur, ich kann sie nur aus einer ganz seltsamen Perspektive nachvollziehen, aber ich werde sie niemals verstehen können. Ich konnte sie vorher schon nicht verstehen und jetzt noch weniger. Unsere Agentur hat zu 90% deutsche Kunden. Das hat auch unser Guide uns erzählt. Und ich muss sagen, die Deutschen konnte ich als Einzige in den Camps wirklich vernünftig verstehen, auch wie sie sich untereinander unterhalten haben. Und ich war von Anfang bis Ende eigentlich baff, wie sie geplant haben. Wann ist der Gipfelanstieg am sinnvollsten? Wie viel Uhr weggehen? Wie viele Stunden vorher lädt man die Powerbank auf? Dieser ganze Scheiß wurde besprochen. Es wird besprochen, welches Essen jetzt wann am besten wäre und wie viel Trinken man sich wann wie einteilen sollte. Warum wird nicht über die unangenehmen Dinge gesprochen? Warum wird nicht darüber gesprochen, dass so viel Geschirr da hochgekarrt wird und wieder runtergetragen wird für einen? Dass jeden Tag kiloweise frisches Essen hochgetragen wird? Nur weil die Kunden heute es anfordern, dass es Fleisch, Beef, Hühnerfleisch, Rippchen da oben auf viereinhalbtausend Meter gibt. Warum wird sich darüber eigentlich nicht unterhalten? Warum unterhalten wir uns über Powerbanks und um wie viel Uhr wir am Gipfel stehen werden und ob die scheiß Smartwatch aufgeladen ist um das zu tracken und nicht stattdessen über das, was dort wirklich passiert, über den ganzen Müll, den wir dort lassen, über das ganze Leid, das wir dadurch verursachen, dass wir da hochgehen? Warum ist dafür kein Platz? Bevor man auf den Kilimanjaro geht und bevor man eine Reise bucht, sollte man sich das als Bergsteiger wirklich sehr gut überlegen. Denn man kehrt nicht als der Bergsteiger zurück, der man ist. und das sind Dinge, die lassen sich nicht mehr rückgängig machen. Wer auf den Kilimanjaro geht und zurückkommt und sagt, es war alles toll und man hat überhaupt nichts zu kritisieren und es werden sicherlich viele Leute jetzt in die Kommentare schreiben, dass diese Kritik komplett überzogen ist und dass man ja nicht hinfahren muss und dass es den Portern eh gut geht. ich kann euch versichern, dass das alles Menschen sind, die im Kilimanjaro sich nicht mit den Menschen auseinandergesetzt haben, die sich nicht mit dem Berg auseinandergesetzt haben, sondern die sich nur mit ihrer eigenen kleinen Welt auseinandergesetzt haben, unbedingt den Gipfel erreichen zu müssen und alles andere ist scheißegal. Und das ist Common Sense auf dem Kilimanjaro. Aber wenn ihr wirklich dorthin geht mit offenen Augen und ein gewisses Commitment mitbringt, euch mit all dem auseinanderzusetzen, was dort passiert, den guten und den schlechten Dingen, dann werdet ihr nicht mehr so zurückkehren, wie ihr hingereist seid. Das ist alles, was ich für wichtig halte, dass man wissen sollte. Und das ist Amen. 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 Amen.